Imposter Crewmate Kling ist aber schnell Sag mal denn, fang mal denn an Auto Stabilized Steering Was ist denn das, ach Navigate, ach das Ding Okay Ich glaub die Farben sind scheiße Hä Hä Okay Denk ich Seh ich das grad einfach, ne, bin ich blöd Ah das ist sogar das, ja loll Was ist so dunkel hier drin grad Ach Fixed Lights, ach so, ja deswegen Ich hab nur irgendwo den Report Button gesehen Und ich habe mich hier im Augenwinkel Also wirklich ganz knapp, aber ich hab nicht mal seine Figur gesehen Sondern den Namen Ich hab auch nicht die Lights gesehen und hab einfach den Report Button gesehen Es ist ja auch arsch dunkel Ich hab im Navigation nicht mal mein Task gefunden Weil es so dunkel war Ich hab irgendwie die beiden von Gänge gesehen Also ähm Die Leiche war irgendwie so in dem Gang Oder im Shield Von oben Also mich und ich kamen von oben Er kam, glaub ich, von Navigation raus Und ähm Ich kann mir vorstellen, es könnte ja ganz theoretisch sein Dass jemand mich entgegen kam Er ihn gekillt hatte und ich ihn jetzt gebrochen habe Warum sollte ich mitten auf dem Gang jemanden killen Aber, ja genau, deswegen ja Ich kann mir auch vorstellen, das ginge Aber das wäre ja unwahrscheinlich Weil er hätte eher mich gekillt als dass er einen anderen Und ich wäre es treu Dass Navigation nach unten Ohne überhaupt zu schauen ob einer von oben gekommen wäre Gere Also als Michi ist er Gere 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 Ich glaub, eher dass es Michi ist Wäre Wärts mehr Umher Wärts mehr Wärts mehr Wärts mehr Wie hättest du ihn eigentlich sehen können, wenn Lights aus waren? Ich konnte die Beine von dem Gangi sehen Ich konnte ja nicht mal seine Figur sehen, sondern nur den Schriftzug Und das auch nur teilweise mal sehen ich denke dieser kill war kann ich niklas ausschließen weil der gerade reingekommen ist wo ich auch reingelaufen oder kam von links ja mich kann ich eigentlich auch das war ich dumm ich habe mir gedacht man blinkt unter button aber ich habe nichts gesehen alter ich bin viel zu verwirrt was wo sein könnte oder auf was ich alles achten muss also das muss halt nur einspielen oder so nicht sehe überhaupt nichts hier drin wenn es irgendwo gleich beine sind ich weiß jetzt ok ich habe hier die task aber alter schwede wieder mal kein fehler hier in der task noise so die lights sind wieder on anscheinend ich muss auf diesem report ding mal ein wenig darauf achten ey ich muss in madbay da ist zu da ist aber auch keine sau drin ok wdf wo ist denn jetzt madbay alter kurz guck dort oben mal leiche licht was blinkt jetzt ach so das ist das ding was da blinkt ist denn schon wieder lights out oder oder wir waren jetzt da alter musste hin was hier glaube ich das können elektrik und der weg sei eiskalt ich könnte gefühlt eigentlich jeder sei ich habe eine gute das macht und hat es ja gut es waren halt sehr viele leute gerade da ich habe ich noch mal zu sehen in diese richtung davor ist er schon darunter gegangen da es nicht ausging mich hat auch untergang und dann habe ich gesungen ich hab für ich wunders halt wie gängig sehen konnte also wenn es keiner runtergelaufen ist nach mir ich habe mir immer zu gesehen das könnte aber noch ein Self-Report sein dann würde ich persönlich auf den Self-Report vom Gang geschehen Wie? Hä? Ich krieg mir nicht die Verdacht Poseidon Wie? Was? Ich bin also ich hab nur noch zu sehen Poseidon? Was soll jetzt mit dem Poseidon was? Poseidon ist nächster mal mit mir in Elektriktion Ey ich bin jetzt seit einerseits bin ich einmal Wie? Ohhhh Ohhhh Aber man soll von gutem riechen Ok Ja wir stellen jetzt Hab ich noch eine Task? Oh ja Ich hab nur eine Oh fuck me Das ist ja eine ganz geile Task wenn ich ehrlich bin Ach als dead buddy kann man sowas nicht machen Ich habe es auch verstanden Als Ding aber schon 1 2 3 2 4 5 6 Habe ich alle Ja Mach doch was Alter Alter Ich bin einfach hergelaufen Achso ich dachte ich hab im Corner einfach gewartet Ich sehe ja alles als im Posca Ja 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 Ich bin einfach Achso Achso und die Das einzige was zu benutzen ist Fahre und einfach reporten Nicht wo die Leiche ist nur ungefähr Ja Ich hab den Button blinkt Ich hab den Button blinkt gesehen aber halt viel zu schwer Was blinkt denn der hat doch gar keinen gesehen Hä Ich bin einfach weiter klopfen Viel Spaß noch Tschüss Acht Leute geht auch noch Ja Acht gegen zwei ist Naja Sechs gegen zwei ja eigentlich Oder mit vollem Ich kann halt auch ne Säule aber ich mach mit einem Posca Das muss man halt schon Sofort nach dem WK Sieben gegen eins sind ja acht Leute ist ne Scheißzahl Ja Wir können es ja auch beenden für heute Also Dann lieber wir da Wir könnten mal das Session probieren Ja Ja Also entweder weniger Tasks Ja ich mach noch weniger Tasks Ja sechs Stunden Ja das passt schon Ja eins zwei drei Ja Cool down Cool down ein wenig höher ja Achso Mach den gleich auf ne Stunde Eine Minute wie lange willst du das draus ziehen alter Mach den Warte ne Mach 40 oder so Ich würd sagen Alter 50 ist hier schon noch ein Was da 50 ist heavy Ja aber schon mal viele Kicken Dann brauchen wir drei Wart Ach wir machen jetzt einfach mal Hier labert jeder was 45 45 Ja Ja 45 geht Ok keine Poste in dieser Abgelutzten Runde jetzt Jetzt muss man hin Oh two Erstmal admin gehen Und die Karte durchziehen Schon wieder light state Oder was so Karte Oh das habe ich mal verkackt Ja Alter das war zu schnell Das ist ja auch so eine blöde Also das ist ja fast die blödste kurze die so ist Ja Wo war sie von Niklas und Weiß Ihr seid einfach aus Electrical rausgekommen und ja nix Und dort lag die Leiche Und nix Ja Matze ist noch mit uns reingegangen Ihr bist mit uns reingegangen Ja ich bin aber schon wieder raus Aber du bist nicht mit uns rausgegangen Weil sonst hätte ich dich gesehen Ja Ich bin vor deinem anderen Also du bist das Mods Du bist reingelaufen wo ich schon langsam auf dem Rückweg war raus Weil ich war der erste Ich bin nach dir reingekommen ja aber vor dir raus Weil das Licht war schon wieder an Nein Ja ich habe das Licht angemacht Ja das ist korrekt Deswegen brauche ich ja Ich habe keine Tasks im Electrical Bin ich wieder raus Dann warum bist du dann nach dir gelaufen Vor dir Ich habe mal kurz hinten geguckt Aber ich bin wieder raus Nein du bist nicht unten rausgekommen Wohin bist du denn gelaufen Nachdem du rausgelaufen bist Nach links Also Richtung Lower Engine Okay Hat ihn jemand dort gesehen So Richtung Storage noch nach Also ich kann es nicht sagen Also ich bin auch rein Da war das Licht schon fertig Und dann bin ich wieder raus Und nach rechts Richtung Shields bin ich rüber gelaufen Also ich war noch nicht da Aber auf dem Weg Aber ich habe keine Leiche gesehen Also als ich drin war Also ich habe kurz hochgepiekt Aber da war noch nichts Und dann bin ich raus Also keine Ahnung Als du hochgepiekt hast Hast du gelb gesehen Ne Also wie gesagt Ich habe da gar keinen gesehen oben Deswegen Also keine Ahnung In Electrical oben Keinen gesehen Ne wirklich nicht Also äh Nicht mal Urant Der dort gestorben ist Ne wie gesagt Da lag keine Leiche Als ich hochgeguckt habe Und dann bin ich direkt raus Also da war noch keiner Hast du ein Leben drin gesehen? Ne eben nicht Deswegen sage ich ja Ich habe keinen drin gesehen Nicht mal dich selber Ich selber Ja genau Wenn ich die Buddha Würde nächste Runde noch mitspielen Ja das will ich immer machen Ja ich bin noch diese Und dann die nächste Dann muss ich auch los Aber die übernächste auch noch Aber die übernächste auch noch Ich glaube die Kommission ist nicht ganz gerafft Was die da machen Weil ich habe doch nichts mitbekommen Aber dadurch dass du die Räume nicht kennst Du musst halt erst einmal Mal 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 Wanka Also ich kenne ja die Räume mittlerweile Aber Jetzt muß ich da ganz rum Oh Jetzt War Das Wenn der jetzt gestochen hätte Das hat keiner gecheckt startreaktor mit seinen zähls wahrscheinlich müsste das sein das wird lustig das denn wer ist es in der klappe drin steffen der hund der spielts aber auch gut ich habe mir vorhin die info geben lassen dass der nicht nur sein kind dass der nur mongers videos schaut geilo willst du mir irgendwas sagen also du kamst irgendwie so von oben genau und dann ja aber ich hab dich also du warst halt ich hab dich noch unter der tür gesehen und gleiche lag in der reaktor und ich hab dich unter der tür von einem reaktor habe ich dich erst gesehen in reaktor schwarz nicht dort habe ich nicht reingeschoben und wenn du ja erstens man konnte schon in der tür reporten und zweitens ich habe dich auch noch nicht mal im upper engine gesehen sondern ich hab dich erst unter der tür von werkzeug gesehen also und gelb habe ich auf jeden fall gesehen ja du warst oben im upper engine und dann bist du runter glaube ich also ich bin in richtung medbay weiter da habe ich dich gesehen ja gelb kam aus medbay raus aber du also ich bin da an der vorbeigelaufen aber also nach rechts bist du dann auf jeden fall glaube ich nicht ich bin nach unten gelaufen dann wieder um mein engine zu um mein fuel tank zu führen also die lag michi lag direkt vor simon saith also für meins er muss es gesehen haben wenn er vorbeiläuft ja also ich hab ihn ich lag vor simon saith ja aber das ist halt die long und da kam ich nach oben und dort habe ich dann nicht gesehen und gelb kam auf jeden da habe ich auf jeden fall gesehen dass ja auch auf upper engine kam und nicht aus und weiter unten als normale kurs ist das geil ist die task fertig aber auch die frage ich bin der folge ich dann habe ich eigentlich zu matze gesagt der kill der kill in elektrik der erste da habe ich den arsch gerettet wir machen keine und der kill bei mich hier in reaktor war auch du huren zu ich habe mich hier abgesnackt bin nach oben gewendet ich bin genau vor geilo rausgesprungen aus dem bände ich dachte du bist doch in den vent ran aus dem gleichen mit wieder raus ja und dann bin ich in den anderen weil ich nach oben wenden wollte und dann in dem moment ist geilo rausgekommen ich dachte mir hoffentlich hat er mich in den reaktor gesehen weil sonst sieht er mich in reaktor und danach oben ich hatte schon gewendet aber ich war mir nicht sicher genug um das kaya dass keiner mal so intelligent war und sich gedacht hat oh niklos ist tu der hat ein maz der intellenz der intellenz mehr oder egal oh man scht ey fuck simon says alter der nächste war ne heikle situation ey oh man niemand hört mal wieder auf so abwarten fucking simon says ey ja eine machen wir noch dann bin ich auch raus ich hatte aber auch so ich hatte diese scheiß blöden rantecken ich habe mir angehört als es stand der screen komm noch einmal nein ey ich will eine runde wenn ich noch gewinnen ey komm jetzt komm mal direkt navigation doppel challenge komm mal wieder start reaktor ah fuck euch ey eins zwei so haben wir schon mal zwei auf grün ah mir viel zu dunkel beiseite ach ok und wo war sie erste frage wer war ein elektrik für alles wir sind in security oder medbay ich weiß also ich war ein navigation mit michi genau und dann kam irgendwie noch MC auch ich bin reingelaufen ja MC kam rein und wir sind von navigation runter also am schag ist halt wer nach also ich kam also drei leute sind safe die den kill schon mal safe nicht gemacht haben können also ein rein theoretisch ich weiß jetzt ja nicht wie alt die gleiche ist aber rein theoretisch die runde gerade angefangen so lange nicht ich meine ob sie jetzt direkt und dann in sind wie borde sozusagen oder ob sie jetzt schon noch also nicht wurde gefixt danach denkmal nicht das wurde genau dann geführt als das licht wieder angehen das reichtzeitig nicht dass MC da hochkommt das reicht nicht um zu wenden ja nicht um zu wenden ne ne geiler wofür hast du geiler ich war noch zu dumm direkt nach hinten zu laufen weil ich hab nur die leiche gesehen und hab sie reported deswegen ich weiß wer war jetzt alles bei euch nochmal äh ich nein der der nix sagt war es wahrscheinlich also ich war ich war Cafeteria hab da den Müll gelehrt und bin dann runter ins storage hab den Müll gelehrt und dann wurde reported also ich war gar nicht in die Richtung aber ich weiß schon mal wer nicht in meiner nähe also wer in meiner nähe war und es ist in einer anderen seite aber gut ok ok Matze Matze war zögerlich tatsächlich mhm Matze war zögerlich ich möchte den Abmengen in die Karte Prost durchziehen komm ohne Fehler jawoll jawoll so jetzt haben wir echt ähm Power müssen wir wieder machen ich riss grün dunkelgrün ja gut das ist ja safe hier ok Benny verfolgt Postate ich muss es ich muss es irgendwann mal machen hier das ist ja scheiße Simon says aber ich bin hier fast durch mit meinen Challenges jetzt muss ich ganz hoch mit dem Backpens ey wo ist gerade jemand gelaufen hä ach hä ach da ist auch was oh die shit hab ich jetzt noch eine ne ne wo 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 war dir gerade Admin ich war in Mad Bay und da war auch der Julian kann nicht bestätigen wo du dich gleich jetzt hast du nicht gerade gesagt du war wir waren beide achso ah du hast in Admin Table gesehen oder was dass die drüben waren zwei Leute wo war zwei Leute in Admin zwei Leute in Mad Bay und ich bin überall von Navigation gewesen überhalb von Navigation also Weapons ok also dann ist Michi michi also ich weiß nicht wie lange Benji genau tot ist aber Leiche liegt O2 und ich bin wenn du in dem Spawn Raum bin ich gerade rüber ich hab Physik-Szenen oberhalb von mir ja michi du bist dann Richtung Outdoor laufen ja wenn Geilo war ich bin von dem was ist denn dieser Spawn Raum keine Ahnung Kerzen grad rüber Richtung Weapons ja und dann ist er Outdoor da das waren vielleicht fünf Sekunden von dem Laufen bis zum Report das würde ich gar nicht schaffen du stehst genau über der wo die Leiche ist also das stimmt ist schon sehr sass also ich kann meine dass nein die Person die nach links gelaufen ist müsste mich gesehen haben weil ich sie auch gesehen habe Julian warst du mit Matze zusammen? ja genau und ich habe auch den Michi gesehen hier halt zu Outdoor laufen kannst du gar nicht weil ich dann nie war also in Richtung in der Cafeteria warst du da sind wir uns mit ja ne ich bin Richtung Weapons gelaufen ja ich bin in Richtung Weapons gelaufen ja ich bin in Richtung Weapons gelaufen wir müssen jetzt voten wir müssen voten wir müssen voten wahrscheinlich Teillu Teillu für Michi am ehesten Michi ich glaube wir haben jetzt schon verloren Tja hab da verloren super und ich sag doch auch grad noch das kann nicht das haut zeitlich nicht hin dass ich in Outdoor komme ich hätte ich habe ich habe zwischen also ich habe Geilo noch getippt gehabt dass er vielleicht das Admin einfach nur halt quasi gesagt hat dass ihr zwei euch beiden gesehen hat nachdem ihr eh schon gesagt habt dass ihr drin wart wie soll ich denn Cafeteria Outdoor und dann Weapons kommen innerhalb von 5 Sekunden ey du hast doch gesagt du warst direkt über Navigation also du bist ja direkt ja aber du bist halt in die Richtung Lauf das war technisch ich hab mein Simon Says gemacht und bin dann oben rum einmal komplett nach rechts da ist mir der Julian entgegengekommen direkt auf Weapons ja was glaubst du warum ich dir entgegengekommen bin ja weiß ich deswegen habe ich auf dich gevotet euch zwei Hände jetzt ja das war's dann für heute das war krönender Abschluss auf jeden Fall nix perfekt Mann ey Mann ey ich will doch halt zum Abschluss eine Runde wo er selbst den Poster ist und genau perfekt gewinnen im grünen Abfluss na ich bin auch raus Michi macht nochmal ein 1 gegen 0 wo er dann gewinnt Frage ja am Anfang habe ich glaube ich 3 oder so gewonnen danach glaube ich alles verloren ja tschau 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 ich denke mal für ein 2 videos reicht ich kann dieses Spiel halt nicht streamen aus dem Grund weil es sonst halt komplett gestreamt wird ich müsste mit keine Ahnung 10-15 Minuten Delay fast streamen ähm damit es überhaupt hinhaut äh dass ich halt wenn ich im Poster bin dann denkst du ja wollen mich das Imposter wort man dann gleich raus ich kann es halt schwer streamen wie die das auf Twitch machen weiß ich nicht wahrscheinlich Chat disablen oder halt nicht hinschauen und sind ja sowieso im Private Discord keine Ahnung schau mal ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns wahrscheinlich oder mal schauen in der nächsten Folge je nachdem bis dahin haut rein